Jeder Garten ist eine Herausforderung. Kein Garten ist gleich. Und das ist einfach das, was es ausmacht, das Ergebnis zu sehen und zu sagen, geil habe ich mir meine Hände gemacht. Ich bin an Moritz, bin 29 Jahre und bin in elterlichem Betrieb tätig. Ich mache da Bauleitung und manchmal auch mit auf der Baustelle draußen. Ich habe vor drei Jahren meinen Meister gemacht und schaue, dass in der Firma oder auf der Baustelle alles läuft, funktioniert und dass wir im Team tolle und geile Leistungen bringen. Es ist ein total abwechslungsreicher Beruf. Wir arbeiten mit Materialien von Holz bis Stein bis Metall. Bei allem Wetter sind wir draußen. Es gibt im Fluch hart, härter Landschaftsgärtner. Wir arbeiten im Team, arbeiten mit Maschinen. Was möchte man mehr? Zu unseren Aufgaben gehört den Unterbau mit der Rüttelplatte. Von Pflaster Einfahrt bis hin zum Unterbau machen. Einfassungen, Mauern, die Terrassenabgrenzungen, Terrassenplatten, Sichtschutz zum Bauen, Heckenpflanzen, Rasenansehen. Also das Spektrum ist riesig. Wir haben hier vor letztes Jahr mit der Baiva zusammen ein Hilfsprojekt gestartet, um der Frau Steinleitner zum helfen, den Garten quasi fertig zu machen. Die hat einen Schicksalsschlag erlitten und war somit mit drei Kindern alleine da gestanden und hat ein riesen Haus gehabt, keinen Garten. Und dann hat die Baiva gesagt, mit uns zusammen, wir helfen ihr, machen den Garten fertig. Und das ist natürlich unsere Herzensangelegenheit, dass eine Familie mit Schicksalsschlag und drei Kinder auch noch einen Garten fertig hat, damit sie einziehen kann, damit die Kinder spielen können. Baiva Baustoffe zusammenzuarbeiten ist super. Aus dem Grund, weil wir wirklich auch von A bis Z begleitet werden. von der Baiva und eben auch den kompletten Service von der Baiva nutzen können. Es gibt so viele schöne Momente bei uns im Beruf, aber was wirklich schön ist, wenn die Kunden auch noch nach Jahren zu dir kommen und sagen, der Garten ist immer noch toll oder die Weiterempfehlung an den nächsten Kunden. Das ist einfach das Highlight. Der Kontakt zum Kunden, das ist das, was er ausmacht. Wir sitzen vor keinem Computer, wir leben mit Emotionen, wir leben mit Gefühlen, wir leben mit Ideen, wir arbeiten mit Ideen von Kunden, genauso wie die Mitarbeiter. Also das tägliche Arbeiten mit dem Kunden und mit den Wünschen, ist eigentlich das, was auch den Beruf extrem ausmacht und dann auch das Tolle, das Ergebnis daraus zu ziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ...